Die Digital Society und Online Shopping, Shopping im Allgemeinen und ich möchte mich jetzt ein bisschen mehr mit dem Versandhandel beschäftigen und da mit dem speziellen Bereich des Kaufens direkt im Herstellernand. Wir alle kaufen irgendwo, wenn wir Online shoppen, kaufen wir letztlich dann doch im Bereich der Europäischen Union ein. Die meisten Sachen kommen aber, werden im Ausland hergestellt und werden zu uns her verschifft. Und daher kann man sich manchmal mal anschauen, was ist, wenn man es etwas näher beim Hersteller, sage ich mal, kauft. Wir haben schon einiges über den Versandhandel auch gehört. Früher war es halt der Katalogversandhandel. Der hat also angefangen am Ende des 19. Jahrhunderts. Da gab es die ersten Versandkataloge. Richtig groß geworden ist er dann in Deutschland in der Weimarer Republik. Also der Quelleversand und auch einige andere Versandhäuser sind in den 1930er Jahren gegründet worden. Und dann, ich weiß nicht, wie es euch geht, der Quellekatalog ist bei meinen Eltern immer zu Hause irgendwo herumgelegen. Den hat es also dauernd gegeben. Ich nehme an, kann man gleich fragen, wer von euch hat den Quellekatalog auch zu Hause liegen gehabt in seiner Jugend? Also eh fast alle, ja. Wegschmissen. Also es war ja auch wirklich eine Meisterleistung. Man hat den, glaube ich, ich weiß nicht, vierteljährlich oder mindestens halbjährlich bekommen. Tausend Seiten dick. Tolle Sache, konnte man toll drin blättern. Bei uns ist er meistens auf dem WC gelegen, um sich die Sitzungen etwas zu verkürzen. Es gab dann auch, also der hat ja wirklich auch alles eingedeckt. Man konnte da eben von Überkleidung, elektronische Sachen, Spielzeug, alles Mögliche. Es gab dann auch ganz interessante. Also ich möchte euch dann noch dieses Bild nicht vorenthalten. Vor allem der Gesichtsausdruck hat mir wirklich gut gefallen. Das war damals noch in D-Mark. Ja, aber das war auch damals eigentlich eine Revolution, dass er so in den prüden Nachkriegsjahren tatsächlich so etwas schon kam. Jetzt schaut der Versandhandel, wie wir gehört haben, schon deutlich anders aus. Man geht ins Internet. Also der Katalog wird zunehmend durch einen Computer ersetzt, durch eine Webseite. Wobei es aber noch immer sehr viele Versandkataloge gibt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kriege doch noch immer zwei, drei im Quartal zugesandt, weil ich eigentlich nur online bestellt habe, aber trotzdem sich die Leute bemüßigt fühlen, mir einen Katalog zu schicken. Auch okay. Das haben wir schon gesehen. Das wollte ich nur noch mal kurz zur Wiederholung bringen. Da sieht man es auch im Vergleich zwischen Österreich und Deutschland. Und man sieht, bei beiden ist Amazon der führende Online-Versandhändler. Wobei, meine kurze Exkursion, das Interessante ist, das ist zufällig vor zwei Tagen in Twitter in meine Timeline gespült worden. Da gab es eine Konferenz. Bei der Kundenzufriedenheit findet man in Österreich interessanterweise Amazon nicht unter den ersten Zehen in ihren Online-Shops. Der rangiert irgendwo weiter unten. Aber, wenn man sich dann anschaut, vom Bekanntheitsgrad her, jetzt im Vergleich zum Durchschnitt der untersuchten Online-Shops, ist Amazon einfach super. Er wird am häufigsten aufgesucht. Es wird dort auch am meisten gekauft. Und er hat einen sehr großen Stammkundenanteil. Und fand ich also ganz interessant, weil man immer sagt, Amazon ist der Größte. Aber jetzt im Vergleich zur Kundenzufriedenheit, da gibt es offenbar andere, die besser sind. Ja, also wir gehen jetzt wieder zurück zum eigentlichen Versandhandel. Für den Endkunden, der kriegt ja da sehr viel nicht mit. Ja, der bestellt irgendwo und dann ein paar Tage oder Wochen später klingelt es an der Haustür. Der Paketbote bringt was ab oder er findet es überhaupt im Briefschlitz, im Briefkasten. Irgendwo gibt es Fabriken, die das herstellen müssen. Das muss unter Umständen, wenn es im Ausland produziert wird, über sehr große Distanzen transportiert werden. In riesigen Containerschiffen oder per Luftfracht. Irgendwo gibt es Warenhäuser, in denen die zwischengelagert werden. Und mit LKWs werden die dann weiter, entweder mit Post oder mit Lieferdienst, werden die weiter verschifft. Und das ist jetzt dann insofern wichtig, wenn man sich überlegt, okay, wenn ich jetzt tatsächlich im Ausland bestelle, ist das eigentlich eine wahnsinnige Lieferkette, die dahinter steckt. Von der ich eben nichts mitbekomme. Und wenn man sich überlegt, dass die Versandkosten also da im einstelligen Euro-Bereich meistens liegen, für die kleineren Sachen, wie sich das ausgehen soll. Also für mich ist es immer wieder überraschend, dass der Versand tatsächlich so günstig ist. Insbesondere dann, wenn man sich überlegt, ich kaufe jetzt dann direkt in China wo ein, wo es ja tatsächlich darum geht, oder in Fernost überhaupt, wo es dann wirklich darum geht, die Waren um die halbe Welt zu schippern. Und das dann eben zu überraschend günstigen Preisen. Da komme ich dann auch später drauf. Zum Thema China. China ist für den E-Commerce ein wahnsinniger Wachstumsmarkt. Der hat es jetzt tatsächlich geschafft, mit 2012, 2013, den amerikanischen E-Commerce-Markt zu überholen. Und wenn man sich so gefühlsmäßig das anschaut, dann ist da noch ein exponentiales Wachstum drinnen. Es gab jetzt auch vor kurzem mal einen Vortrag vom Chef von Alibaba, dem größten chinesischen Händler, zu dem ich dann gleich komme, der gemeint hat, China ist deswegen ein großer Wachstumsmarkt, weil es sich dort jetzt beginnt, eine Mittelschicht aufzubauen, die tatsächlich Geld hat, um Consumer Products zu kaufen. Nur die haben das Problem, China ist noch größtenteils ländliche Umgebung. Das heißt, da hat man ein Dorf, wo tatsächlich aber auch schon eine Mittelschicht besteht. Nur die haben halt nur den Kreisler vor Ort. Und da ist jetzt eben der Ansatz, dort wird man nie ein großes Shoppingcenter eröffnen können. Das heißt, dort muss dann dieser Kreisler das eigentlich übernehmen. Die haben dann alle einen Satelliten-Uplink, das heißt, die haben Internet, haben auch lokal Telefonmöglichkeiten. Und die bestellen dann eben online ihre Sachen. Die werden zu der lokalen Verkaufsstelle geliefert und dort können sich die Leute dann abholen. Also das ist dann doch ein radikal anderer Ansatz als in den dicht besiedelten Industrienationen, den man sich da vor Augen halten muss. Und deswegen ist China noch ein sehr großer Wachstumsmarkt. Ich werde mich da mit der Alibaba Group näher beschäftigen. Das ist mittlerweile die größte Handelsplattform. Die hat dieses Jahr Amazon im Umsatz überholt. Das sind also mehrere verschiedene, da gibt es also mehrere verschiedene Subunternehmen, die bieten einerseits auch nur Zahlungen an oder nur eigene Webshops oder eben solche Marketplaces, wie das auch Amazon macht. Ich werde mich dann hauptsächlich mit AliExpress beschäftigen. Der steht da irgendwo in der Mitte. Im Vergleich eben zum... Die haben also ein ziemliches Wachstum in den letzten Jahren hingelegt. Das sind also im Moment Milliarden Euro Umsatz. Wobei sie also ihren Hauptumsatz in China machen und der internationale Umsatz noch relativ gering ist. Aber das soll sich stark ändern, weil der Chef von der Alibaba Group hat gesagt, sie wollen jetzt eben auch mehr nach Europa kommen. Das wird jetzt noch ganz interessant. Wenn man sich das im Vergleich anschaut zu Amazon, dann sieht man schon, dass sie 2016 die 100.000, das ist das jetzt, ich nehme an, dass sie es US-Dollar geknackt haben. Amazon liegt da auch ungefähr bei 100.000. Also sie sind gerade so im Überholen. Was ganz interessant ist, was ich ganz interessant finde, ist das Nettoeinkommen und die Gewinnmarsch, die da drinnen steckt. Amazon investiert praktisch alle Gewinne weiter in ihr Wachstum. Alibaba hingegen weist ziemlich große Gewinne aus, interessanterweise, und zahlt auch ungefähr 11% Steuern. Also die Weisen, wie viel war es? Die haben ungefähr 20%, da müsste man es eh sehen, Profit Margin, es liegen irgendwo zwischen 25 und 75%. vom Umsatz weiß ich es jetzt, habe ich es jetzt nicht genau im Kopf. Aber sie zahlen, ich möchte es nicht sagen im Gegensatz zu Amazon, aber sie zahlen relativ brav Steuern, weil 11% in dem Bereich abzuliefern ist, ist schon relativ gut. Über Alibaba gibt es zwei verschiedene Plattformen, das eine nennt sich alibaba.com, das ist aber Business to Business, das heißt dort findet man chinesische Hersteller und chinesische Großhändler, wo es eben um größere Stückzahlen geht, da kann man sich also lokal als Importeur praktisch bei denen dann melden und mit denen eine Geschäftsbeziehung aufbauen und es gibt AliExpress. Das ist also Business to Customer, wo sich also weniger die Hersteller, aber eben die, sagen wir mal, Kleinhändler und kleinere Shops drinnen finden oder auch größere Shops, also auch Großhändler finden, die das dann eben international weiterverkaufen. Auch nach Österreich, also weltweit, auch nach Österreich, wobei die haben einen relativ großen Markt Richtung Russland, interessanterweise, weil das doch offenbar irgendwo auch von der geografischen Seite irgendwie näher liegt. Ja, da kann man wunderbare Sachen bestellen. Komme ich gleich vielleicht dazu. Also angefangen habe ich, bin ich darauf aufmerksam geworden, bin ich mit LED. Ich bin ein großer LED-Freak. Es gibt so schöne LED-Lampen oder es gibt auch die Taschenlampen, die also nicht gerade schwach sind. und es gibt Laserpointer. Das ist jetzt ein blauer. Ja, der sieht man gar nicht so gut, aber wenn man einen roten und einen grünen hat, braucht man einen blauen auch. Also das ist... Aber es gibt dann eben doch die, Moment, die etwas stärkeren Laserpointer, mit denen man dann... Also mit dem kann man jetzt noch keinen Luftballon zerplatzen lassen, aber der ist schon in einem Bereich, wo man ihn eigentlich nicht mehr bekommt. Angefangen habe ich eigentlich mit dem Rückenkratzer. Also das war eine ganz interessante Geschichte. Weil eine Bekannte hat meinen Eltern ihr Leid geklagt, dass ihr Rückenkratzer kaputt gegangen ist. Da habe ich gesagt, nein, aber dann schaue ich doch einmal nach, was das direkt in China kostet. Wird eh in China hergestellt. Und habe dann einen für sie bestellt und habe ihr den dann überreicht. Und sie hat dann gemeint, ja, kann ich dir den zahlen? Kann ich dir den zahlen? Habe ich gesagt, naja, möchtest du mir einen symbolischen Euro geben oder möchtest du mir zahlen, was er wirklich wert ist? Denn nein, ich teile dann natürlich in der Vollendung. Okay, dann kriege ich einen Euro und drei Cent. Dieses Ding kostet, wenn man es im Kino bestellt, inklusive Versand, einen Euro und drei Cent. Ja, also das, inklusive Versand, ja, das ist der Wahnsinn. Also man bekommt, diese ganzen Haushaltsgegenstände, bekommt man zu einem Spottpreis, inklusive Versand. Wie hast du den Rückenkratzer überhaupt gefunden? Den habe ich eben auf AliExpress gefunden. Ja, was heißt sowas? Rückenkratzer, Rückenkratzer, das ist auch etwas, die haben auch eine deutsche Oberfläche, die haben eine deutsche, eine englische, eine russische, also die sind ziemlich international, eine spanische, portugiesische, also die Hauptsprachen sind vertreten. Das heißt, man findet sie... Wie lange dauert es in den Urschluss? Das kommt darauf an, wenn es leicht und klein genug ist, ist, dass man es mit der Luftfracht schicken kann, trotzdem aber noch immer im Sensbereich liegt, hat man es innerhalb von ein, zwei Wochen, wenn es mit der normalen Fracht im Containerschiff kommt. Nein, nicht ganz, sechs Wochen bis maximal acht Wochen. Also das ist so gerade so irgendwie eine Route offenbar der Containerschiffe zwischen China und... Ja, genau, also das ist ungefähr das. Das ist natürlich für jemanden, der ein direktes Erlebnis haben will oder ein schnelles Erlebnis haben will, mit Amazon Prime kommt das nicht hin. Manche bieten auch tatsächlich an, das dann eben per DHL zuzustellen. Ja, dann liegen wir bei 30, 40 Euro Zustellkosten, aber dann hat man es innerhalb von, sagen wir mal, wenigen Tagen, zwei, drei Tagen. Was auch noch vielleicht ganz interessant ist, ja eben, um auf die Kosten zu kommen, diese Dinger kosten meistens deutlich unter der Hälfte, wenn man sie also hier irgendwo im Laden kaufen würde. Es liegt auch unter anderem daran, dass da keine Mehrwertsteuer drauf ist, sondern man müsste eigentlich Einfuhr-Umsatzsteuer zahlen, nur wird die Einfuhr-Umsatzsteuer, die eben auch bei 20 Prozent liegt, nur wird die erst ab einem Betrag von 50 Euro eingehoben. Das heißt, solange man die Sachen um, sagen wir, 10 Euro, 20 Euro bestellt und geliefert bekommt, zahlt man auch keine Einfuhr-Umsatzsteuer. Das wird vom Zoll überprüft, also alle diese Päckchen-Land gehen durch den Zoll und der schaut drauf, aha, Wert, was steht da drauf? Ein Euro, danke. Ich habe mir auch eine, so eine Action-Cam gekauft, die war, die war ziemlich, ziemlich günstig, lag dann eben bei, ungerechnet knapp über 50 Euro und da musste ich dann zum Zollamt und meine 10 Euro einfach Umsatzsteuer abliefern. War aber trotzdem noch immer ungefähr die Hälfte von dem, was man hier im Geschäft gezahlt hätte. Das machen wir aber auch physisch-hyposporatisch, weil wir machen, dass das 2, 3, 4, 3 Viertel aller Waren sind falsch anarchiklariert und erzeugt keinen Fall. Das ist natürlich eine Möglichkeit, wenn also der Händler einen etwas geringeren Betrag drauf schreibt, wird das wo es nicht auffällig ist, sagen wir so. Wenn es ein großes Paket ist und man sagt, das ist nur 20, 30 Euro wert und das hat ein bisschen ein Gewicht, wird es meistens geöffnet und nachgeschaut. Wenn man sich jetzt aber überlegt, wie funktioniert das dann überhaupt mit dem Bezahlen, dann kommen wir dann in ein ganz interessantes Problem, weil Käufer und Verkäufer, der Kunde und die Verkäufer, sind ja ziemlich weit voneinander entfernt, haben keinerlei persönlichen Kontakt. wie kann jetzt so ein Austausch eigentlich vonstatten gehen, ohne dass da irgendjemand den anderen betrügen kann. Weil wenn der Käufer sagt, ich gebe meine Ware erst her, wenn du mir das Geld überwiesen hast, per Vorkasse, wird der Kunde sagen, aber welche Garantie habe ich jetzt, wenn ich das nach China überweise, dass ich dann tatsächlich auch die Ware bekomme. Das ist also ein bekanntes Problem, das Prisoner's Dilemma aus der Spiele-Theorie. Andererseits, wenn dann eben der Verkäufer sagt, okay, ich schicke dir zuerst die Ware auf Rechnung, hat dann aber keine Möglichkeit, also keine realistische Möglichkeit. Natürlich hat er einen juristischen Anspruch. Es gibt ein internationales, ein UN-Kaufrecht, das klar solche Sachen regelt. Nur die Durchsetzbarkeit dieser Sachen, dieser Ansprüche, ist halt immer ein Problem. Weil wenn der Verkäufer in Europa keine Niederlassung hat, wird er kaum von China aus in Europa einen Rechtsanwalt beauftragen. Das sind alles Kosten, die sich gerade in diesem Bereich, wo wir hier sind, im Bereich von wenigen Euro, einfach nicht auszahlt. Und da kommt jetzt eben so eine Marktplattform, wie es eben auch Amazon anbietet, aber eben auch dieser Alibaba, also der Aliexpress anbietet, ins Spiel, der als Treuhänder funktioniert. Das heißt, die Bestellung läuft über diese Marktplattform zum Verkäufer. Gleichzeitig sagt dieser Marktbetreiber, lieber Kunde, zahl mir das jetzt bitte, also betätige bitte deine Kreditkartenzahlung. Dann heißt das Geld landet zunächst beim Marktbetreiber. Er sagt dann dem Verkäufer, ich habe das Geld bekommen, du kannst ausliefern, der Verkäufer liefert dann aus an den Kunden. Anschließend sagt der Kunde wieder, ich habe die Ware bekommen. Und der Marktbetreiber gibt dann das Geld nach Abzug natürlich des Disagius an den Verkäufer weiter. So funktioniert es, wenn es reiblungslos ist. Hier noch einmal dargestellt. Was hier besonders wichtig ist, während der Lieferung, es kann ja noch immer, selbst wenn der Verkäufer die Ware ordnungsgemäß losgeschickt hat, kann noch immer sehr viel passieren. Es kann auf dem Transportweg was passieren, die Ware kann beschädigt werden. Sie kann, hatte ich auch schon, nach Australien geschickt werden, besonders wenn man aus Österreich bestellt. Oder sie verschwindet einfach überhaupt. Bitte? Ja. Das heißt, der Kunde nimmt dann die Ware entgegen und muss sie zunächst einmal prüfen, ist das überhaupt das, was ich denn da bestellt habe. Ist sie rechtzeitig eingelangt? Also die meisten geben eben ein Versprechen ab, eine Garantie, dass die Ware innerhalb von 60 Tagen spätestens ankommt. Wenn nicht, kriegt man den vollen Kaufpreis wieder zurückerstattet. und sie garantieren natürlich, dass das, wie sie sie im Webshop beschrieben haben, so kommt sie auch tatsächlich, so wird sie auch tatsächlich zugestellt. Da hat man dann natürlich das Problem, wenn der Kunde dann sagt, okay, ja, aber das gefällt mir jetzt nicht. Wenn die Ware nicht gefällt, dann bieten die meisten auch an, ja, dann kannst du es auch kostenfrei zurückschicken. Kostenfrei für den Verkäufer, das heißt, man trägt die Rücksendung auf eigene Kosten und wenn man sich da die Posttarife anschaut, man hat Glück, dass das in ein flaches, in einen flachen Brief hineinpasst, dann zahlt man 6,30 Euro fürs Zurückschicken, wenn es das einfachste Paket ist, ist man bei 17 Euro. Und das für 1,03 Euro. Und das zum Beispiel für 1,03 Euro, genau. Oder auch für, sagen wir, 10 oder 20 Euro. Also das ist kein, ist jetzt nichts, was, also, sagen wir so, das verteuert das Ganze einfach in einer Art, wo man sich überlegt, ja, dann behalte ich es lieber und bezahle das, das sind dann einfach Sankenkost. Das ist eben auch schon ein Punkt, den man sich da überlegen muss. Man trägt einfach wesentlich mehr Risiko, als wenn man hier in ein Ladengeschäft geht und sagt, okay, man bringt die Sachen nach einem, nach ein paar Tagen wieder zurück und sagt, es gefällt mir leider doch nicht, könnte ich nicht doch das zurückhaben. Also diese Chance hat man dort überhaupt nicht in den vernünftigen, bitte? Genau, das andere, das andere ist natürlich, da kommen jetzt die Hinsicht zur Frage, ist die Ware in Ordnung? Ist es das richtige Produkt? Entspricht es also der Spezifikation? Weiß ich nicht, ist das, ich habe eine Bärenklaue bestellt und der liefert mir jetzt aber eine Adlerklaue? Ja, und dann ist es ja nicht das richtige Produkt. Hat es Transportschäden? Ist das, weiß ich, in der Mitte ist das schon abbrochen oder sonst was? Oder funktioniert es dann bei elektronischen Geräten halt? Funktioniert es überhaupt? Das ist dann eben die Frage. Wenn die Ware eben nicht in Ordnung ist, dann gibt es dann eben verschiedene Möglichkeiten, die eben auch dort in dem Ablauf vorgesehen sind. Das heißt, man eröffnet einmal, man öffnet, geht einmal in eine Verhandlungsphase, muss man so sagen. Man sagt dem Verkäufer, lieber Freund, das ist leider so und so bei mir angekommen, da passt etwas nicht. und dann muss man sich überlegen, ist zum Beispiel nur ein Teil beschädigt, dann kann ich sagen, ich kann mit Preisminderung arbeiten, es entspricht nicht ganz der Spezifikation, aber ich kann es trotzdem verwenden, na okay, dann sagen wir, wir halbieren den Preis und ich verwende es trotzdem. Wenn es überhaupt nicht passt, dann kann ich sagen, na ja, das passt überhaupt nicht, es ist wertlos für mich, dann wird es wahrscheinlich auf eine Preismildung auf Null hinauslaufen, weil in den wenigsten Fällen wird dann der Verkäufer sagen, ja okay, ich zahle die 17 Euro fürs Zurücksenden. Also wenn es überhaupt nicht den Spezifikationen entspricht, dann ist der Verkäufer, dann hat der Verkäufer seinen Vertrag nicht erfüllt und damit kommt man eben dorthin, wo es dann um die Rücksendung geht, die aber in der Realität nie, kaum, oder kaum passieren wird. Problematisch ist dann immer die Beweisführung, weil wir sitzen wieder am anderen Ende der Welt, das heißt, da ist es sehr empfehlenswert, wenn man schon vor dem Auspacken das Paket abfotografiert, filmt, um zu zeigen, dass außen keine Transportschäden sichtbar sind, zum Beispiel, weil wenn Transportschäden sichtbar sind, muss man sofort bei der Post oder beim letzten Zusteller reklamieren. Dann eben das Auspacken, zeigen, um zu dokumentieren, in welchem Zustand das angekommen ist, falls da ein Transportschaden sichtbar ist und dann halt, wenn es um die Funktion geht, dass man halt in einem Video zeigt, okay, weiß ich nicht, ich nehme die Glühbirne, ich habe eine leuchtende Glühbirne in einem Sockel, ich schraube die heraus, stecke die neue Glühbirne hinein und die funktioniert nicht. Also damit, dem kann man dann eben demonstrieren, dass mit dem Produkt tatsächlich etwas nicht in Ordnung ist. Ich gehe jetzt mal durch ein paar Produkte durch, wo wir, Entschuldigung, 1,09 Euro, nicht 1,03 Euro, 1,09 Euro. Ich gehe also durch ein paar Produkte durch und wir können uns gemeinsam überlegen, wie man denn prüfen würde, ob die Ware in Ordnung ist. Bei dem ist es relativ einfach. Bricht nicht, kratzt, ist in Ordnung. Naja, sicher, kann ja auch sein, ist zu rund, das hat kein gutes Kratzerlebnis. Wird man wahrscheinlich nicht reklamieren können, weil das Kratzerlebnis ist nicht Teil des Vertrags, aber es kratzt. Es kratzt, ja. Also da wird es kein Problem sein, das zu machen. Das ist jetzt übrigens so die Oberfläche, das heißt, das ist was relativ Einfaches. Es gibt immer Bilder, es gibt dann eine Beschreibung unten und daneben steht eben, und das Wesentlichste ist dann immer, ist dann immer Free Shipping to Austria. Da steht dann auch immer Time Delivery 15 bis 34 Tage. Das heißt, Sie haben immer eine Zeit, bis Sie sozusagen das rausschicken und dann eben eine Zustellzeit ist, die ist da immer angegeben. Und dann wird eben zum Beispiel garantiert, okay, innerhalb von 60 Tagen spätestens muss es da sein. Es gibt dann meistens auch eine Return Policy, also Rückschicken wird akzeptiert, wenn das Produkt nicht ist wie beschrieben. Also das ist jetzt hier abgeschnitten. Also wenn es nur der Käufer kann es auf seine Kosten zurückschicken, sozusagen die unverwendete Ware oder eben man behält es und arrangiert sich mit dem Verkäufer. Bei anderen Sachen ist es auch relativ einfach, also wenn man dann zum Beispiel eben so meinen, was passend zur Temperatur ist, wenn man die Getränke mit einem Todesstern kühlen will aus Eis, dann gibt es also solche Eisformen in den tollsten Formen. Kann ich übrigens empfehlen, es ist sehr gut für Whisky, weil er relativ groß ist, aber eben eine relativ kleine Oberfläche hat und daher das nicht so schnell verwässert, das Getränk. Da ist es auch relativ das ist aus Silikon Eiswürfelmacher. Also aus Silikon, wenn man zusammen macht und von oben Wasser einfüllt ins Gefrierfach, packt und dann eine also ich habe bisher noch nicht geschafft, es eine so klare Ding zu machen, da muss man wahrscheinlich abgekochtes oder destilliertes Wasser nehmen, wo wenigst, weil sonst meistens ist es sehr milchig. Aber okay. Also da sieht man auch zum Beispiel, dass da hier das Shipping noch nicht drinnen ist, daher ist es auch relativ teuer. Also einige von den Händlern haben sich auch tatsächlich schon preislich angepasst und wissen, dass die Industrienationen einen wesentlich höheren Preis bereit sind zu zahlen. Man findet solche Sachen auch um 2 Euro, 3 Euro. Also inklusive Shipping. Also auch das ist schon ein relativ hoher Preis. So, was gibt es noch? Dann gibt es also so Wandsticker, die kommen dann also immer so als Rolle verpackt. Daher sind relativ schnell, weil sie relativ leicht sind. Die gehen auch gerne mit der Luftfracht mit, weil die halt dann unter 20 Gramm sind oder was das Limit ist. Da ist es auch relativ leicht, festzustellen, ist die Ware in Ordnung? Ich versuche es halt einfach mal abzulösen, klebe das Ding und dann passt das. Das ist das richtige Motiv. Interessanter wird es dann zum Beispiel schon bei Online-Schmuck, also beim Online-Kauf von Schmuck. Gibt es also die wildesten Sachen, mit denen man sich irgendwie verschönern kann. Entschuldige, du hattest du eine Frage? Ich habe eine Frage, Frau Stetan dabei, wenn nicht direkt der Transport nachher erst dazu gerechnet wird. Wenn ich also beim Übernehmen der Ware zahlen muss, gibt es das da auch? Nein, als Nachnahmezahlung wüsste ich es jetzt nicht. Nein, also es gibt Also, das ist die Art der Bezahlung. Also per Nachname ist jetzt nicht die Zustellung, sondern die Art der Bezahlung. Bei den Zustellungsmöglichkeiten habe ich bisher eben nur gefunden, also es wird meistens per Post zugestellt und da eben meistens über den langen Lieferweg. Alternativ eben über DHL, Worldwide oder andere Zustelldienste, die aber eben entsprechend sehr teuer sind. Also ich habe, habe ich auch schon gesehen, irgendein Produkt um ein, zwei Euro mit DHL um 44 Euro Versandkosten. Ja, also da denke ich mir, was, 46 Euro für das Ding? Okay. Hauptsächlich Kreditkarte. Paypal gibt es, ja, euer Paypal gibt es auch. Aber Paypal, ja. Paypal rechne ich zur Kreditkarte, wobei nicht mehr, wobei nicht mehr, auch nicht mehr. Ja, das ist auch natürlich ein Problem, wobei aber diese Kreditkartenzahlung, eben, die geht direkt an Alibaba, also an den AliExpress. Der bucht von der Kreditkarte ab und bucht es dann weiter. Also das ist kein direktes Durchreichen der Kreditkartendaten an den Endverkäufer. Das gab es, glaube ich, am Anfang einmal. Da hatte ich dann tatsächlich für jeden einzelnen Item eine Abbuchung. Aber das haben sie dann, glaube ich, aufgehört, weil das eben wegen Missbrauch natürlich ein großes Problem ist. Zum Thema Kreditkartenzahlung. Ich habe mir jetzt in Deutschland eine Kreditkarte genommen. Also das hat jetzt nicht damit unbedingt zu tun. Nennt sich Number 26. Eine Mastercard, die aber als reine Debitkart verwendet wird. Das heißt, man muss sie vorher aufladen. Es kann nur das abgebucht werden, was drauf ist. Und sie haben eine wahnsinnig gute App, wo man diese Karten sozusagen on the fly sperren und entsperren kann. Man kann sie freigeben für Bargeld, für online und im Ausland. Und ich habe sie also normalerweise alles gesperrt. Und erst wenn ich einen Bezahlvorgang anstoße, dann schalte ich halt ein online im Ausland. Dann gibt es, dann authentifiziert der das gegenüber dieser Bank. und dann kann ich sofort wieder abschalten. Also dann auf die Art kann also nie jemand anderer, der kriegt dann immer nur eine Fehlermeldung, wenn er versuchen würde, was abzubuchen. wie hat das heißen? Number 26, Nummer 26. Das ist nichts. Und wie viel Prozent Abzug? Dein Verkäufer, das weiß ich nicht. Oder was? Das ist ein... Wenn man die Summe aufbucht, solche Pripyat-Card gibt es auch in Österreich. Und wenn man... Nein, ja. Nicht gratis. Also für den Endkunden gratis. Die leben nur von diesen... Also es ist eine normale Mastercard. Und die leben nur von den normalen Kreditkartengebühren. Und es geht alles online. Ja, also normalerweise muss man ja, wenn man eine Kreditkarte haben will, sich gegenüber der Bank auch identifizieren oder sonst irgendwie. Dort funktioniert das Ganze online. Das heißt, man lädt sich diese App auf sein Smartphone, braucht einen Reisepass, startet den Authentifizierungsvorgang, dann kriegt man einen Videoanruf von eben einem Callcenter, denen hält man also den Pass vor die Kameralinse. Die machen auch einen Screenshot davon. Man wird noch um die Bestätigung der verschiedenen persönlichen Daten, die sie halt haben wollen, Geburtsdatum und so weiter, gebeten. Und dann ist diese Authentifizierung innerhalb von nicht einmal 10 Minuten passiert und man hat eine Kreditkarte. Die Kreditkarte kommt in den nächsten zwei Tagen per Post, die physische. Man kann sie auch dann... Es gibt auch ein Girokonto dazu. Also man... Die haben also wirklich, muss ich sagen, das Online-Banking noch einmal sagen wir noch einmal gestreamlined. Also das ist gegenüber dem MyGeorge. Wobei ich sagen muss, ich kenne MyGeorge jetzt nur nicht im Detail, aber doch noch einmal deutlich einfacher. Man kann einfach nur... Man kann es auch dann auch dieses Konto auch gar nicht als das ganz normale Überweisungskonto verwenden im Prinzip. Das ist auch ganz interessant. Gut. Können wir uns ja dann auch gerne in der Pause weiter unterhalten. Zurück zum eigentlichen Thema. Bei Schmuck wird es vielleicht insofern schon interessanter, weil, gerade wenn es so ein Ohrstecker ist oder so, ist das halt Modeschmuck und da ist halt dann die Frage, ist der wirklich nickel-frei, wenn dort steht nickel-free, wie probiere ich das aus? Das kann ich mir auch sagen, okay, ich probiere ihn halt einmal, kriege dann eine Allergie drauf, sag dann, der ist aber nicht nickel-frei, dann wird der Verkäufer vielleicht sagen, ja, aber der ist nickel-frei, Sie müssen ja auf irgendwas anderes allergisch sein. Da hätte ich also schon mal das erste Konfliktpotenzial, wo ich nicht genau sagen kann, ist das jetzt in Ordnung und könnte ich das sozusagen auf Null runterdrücken, wenn es nicht passt. Aber Free Shipping gibt es. Aber Free Shipping, genau. Andere Sachen sind dann elektrische Sachen, das ist also so ein Konverter zwischen E27 und E14, das ist E14 auf GU10, das ist auch etwas, was man manchmal braucht und um den Preis findet man es halt in keinem Baumarkt, wenn man es überhaupt findet. Der ist no longer available, ja. Das passiert, das ist eben auch etwas, da komme ich auch noch dazu, das ist dann halt so Gewährleistung. Da sollte man glauben, ist es auch ganz einfach, das ist die hier, weil wenn die kommt, stecke ich sie hinein, leuchtet, okay, passt, hacke ich ab, der Verkäufer kriegt sein Geld. Die hatte ich, die hatte ich dann ein paar Wochen in einer Lampe drinnen, wo sie immer wieder ein- und ausgeschaltet wurden und irgendwann, wenn man sie eingeschaltet hat, hat sie zuerst gebrannt, dann hat sie angefangen zu flackern. Da ist irgendwo unten ist ein kleiner Trafo drinnen, ein Schaltnetzteil, ein Mini-Schaltnetzteil und da wird halt irgendein Kondensator oder irgendein Bauteil was haben. Das ist dann halt das Problem, wie reklamiere ich sowas? Komme ich da noch später drauf? Oder ich habe da so einen USB-Stick, einen Memory-Stick. Das ist so ein kleines Wimmerl, habe ich mir gedacht, das wäre doch recht praktisch. habe ich das einmal bestellt, weil um den Preis kann nicht viel verhakt sein. War glaube ich nur 8 GB, das kostet dann glaube ich 3 Euro oder so. Und habe das dann bekommen, haben wir gedacht, so okay, jetzt stecke ich das hinein, okay, der zeigt mir das an und dann weiß ich aber als Technik-Affiner, naja, hat der jetzt wirklich die richtige Kapazität? Nur weil er sagt, er hat die Kapazität, heißt ja nicht, dass er tatsächlich diese Kapazität hat. Und da gibt es aber zum Glück von der Zeitschrift CT, vom Heise, gibt es das H2-Test-W-Programm, mit dem man also da solche Tests machen kann. Das füllt also einfach einmal den ganzen Speicherbereich mit zufälligen Daten. Also nicht ganz zufälligen Daten, aber mit gehashten Daten und liest die dann auch nachher wieder aus. Sodass man auch wirklich tatsächlich sehen kann, okay, dass dieser Speicherchip, der drinnen hat, hat tatsächlich diese Kapazität. Weil es gibt auch Fälschungen, wo dann der noch eine geringere Kapazität hat, aber wenn man mehr drauf schreibt, überschreibt er halt alte Speicherbereiche, wo man nicht sofort drauf kommt. Also dieses Testprogramm testet wirklich, ob in jedem Speicherblock auch das drinnen steht, was drinnen stehen soll. Und das hat bei dem funktioniert. Mittlerweile habe ich ihn wieder angesteckt. Jetzt bringe ich ihn nicht mehr zum Laufen, also ist auch ganz interessant. Aber er hat nur 3 Euro gekostet, oder? Aber er hat nur 3 Euro gekostet, genau. So, also das heißt, da sieht man schon, bei elektronischen Sachen kann es ein bisschen schwieriger werden. Noch schwieriger wird es zum Beispiel bei Messgeräten. Das ist ein Energie-Messgerät, das mir sagt, wie viel Stromspannung und wie viel Watt da durchfließen. Ja, woher weiß ich, ob das stimmt? Also ich muss es dann halt mal selber hineinstecken, muss eine 60-Watt-Glühbirne anhängen, und wenn das halbwegs zwischen 59 und 61 anzeigt, kann ich davon ausgehen, okay, das misst halbwegs genau. Interessanter wird es dann schon, wenn ich da nicht nur rein Ohmsche-Lasten anhänge, sondern induktive Lasten, sprich Steckernetzteile. Da kann nämlich was ganz radikal anderes rauskommen. Eben zum Beispiel solche LED-Lampen. Diese Schaltnetzteile können entweder sehr, wenn sie billig sind, sind sie sehr unsauber, das heißt, sie schieben ja die Wechselspannungsphase sehr stark, und dann ist die Aussage von so einem Messgerät unter Umständen komplett wertlos. Aber ich wollte es jetzt nur als Beispiel nehmen, um zu zeigen, zu testen, ob diese Ware okay ist, kann auch nicht ganz trivial sein. Und dann komme ich, aber immerhin, nur 10 Euro kann man ja mal riskieren. Also im Vergleich zu, weiß nicht, 20 oder 24 Euro, die man beim Conrad für sowas bezahlt, kann man sich sowas mal überlegen. Und das ist jetzt wahrscheinlich das beste Beispiel. Man bekommt zum Beispiel Rosensamen für wildeste Rosen. Da hier zum Beispiel eine schwarz-weiße, also eine weiße mit schwarzem Rand. Behaupten Sie. Was man bekommt, sind tatsächlich solche Samen. Und wenn man sich jetzt beim Gärtnern nicht so genau auskennt, vor allem nicht mit der Rosenzucht, und nicht weiß, dass man, um eine Rose tatsächlich bis zum Blühen zu bringen, wenn man mindestens einmal drei Jahre warten muss, weil man erst einmal die Samen zum Keimen bringen muss, das einsetzen muss, und in den ersten zwei Jahren macht die auch keine Blüte. Dann wird es dann mit der Überprüfbarkeit, also ob die Ware in Ordnung ist, tatsächlich ein bisschen schwierig. Das heißt, bis man weiß, ob die wirklich so schwarz-weiß rauskommt, dauert es halt einmal drei Jahre. Dafür kostet es nichts. Also dafür ist wieder das Risiko relativ gering. Wobei es gerade bei den Pflanzen gibt es die unmöglichsten Sachen. Also es gibt Regenbogenrosen, es gibt blaue Erdbeeren, es gibt, wie heißen die, es gibt so komische Früchte. Schwarze Tomaten. Bitte? Schwarze Tomaten, genau. Es gibt auch so seltsame Früchte, die stark an eine weibliche Brust erinnern. Es gibt also die verrücktesten Sachen. Es gibt Paprika, die dem männlichen Geschlechtsteil wieder ähnlich schauen. Wird alles verkauft, alles um sehr geringes Geld. Halt alles mit gewissen Problemen in der Überprüfbarkeit. Da komme ich jetzt auch noch zu einem anderen Teil. Also das ist dieses Ding hier. Und vielleicht fällt irgendjemand schon auf, was da ein Problem sein könnte. Die Batterie. Batterie, warum? Die große. 12 Volt. Wo kriege ich das her? Nein, nein, die ist dabei. Ja, ja. Die sind jetzt aber die wollen 1200 mAh Strom flasen. Das ist eine Lithium-Ionen-Batterie, die kriegt man auch so. Aber... Aber sind das nicht immer nicht Off-Base-Batterien, die dann nur in der Sonntag verhalten? Nein, nein, also das ist ein Akku. Das ist einer zum Wiederaufladen. Was, wo man es sehen kann, ist, wenn man das hier mit dem hier vergleicht. Ich habe es hier noch einmal etwas klarer demonstriert. Also das ist auch etwas, was man bei solchen Shopping-Sachen sehen muss. Also legasthenisch sollte man nicht veranlagt sein. Genau lesen und ganz genau schauen, weil sonst das Original heißt eben Ultrafire. Das hat dann tatsächlich auch 4800 mAh in so einem kleinen Powerpack. Es gibt dann halt andere, also die sind noch relativ ehrlich, weil die sagen, sie haben nur 4200 mAh, sind aber jetzt farblich im Design gleich und heißen halt Ultrophite statt Ultrafire. Gut. Kann man Ihnen jetzt irgendwie schwer zum Vorwurf machen, weil sie heißen ja wirklich anders und sie geben sie auch wirklich ehrlich an, dass sie weniger haben. Also das ist noch die ehrlichste Form von, sagen wir, Produktparaterie, die man so bekommt. Andere heißen dann einfach Ultrafire und haben das eben dann nicht. Das heißt, man hat eben zum Beispiel das Problem, wie stelle ich fest, ob so ein Akku, den ich da kaufe, tatsächlich die richtige Kapazität hat. Also, weil das ist relativ schwer. Ich kann ihn natürlich versuchen, mit anderen zu vergleichen, indem ich schaue, wie schnell nimmt er die Leistung ab. Oder ich kaufe mir dann eben ein eigenes Messgerät, wo ich die Kapazität bestimmen kann. das dann auch wieder das Problem hat, wenn ich es dort kaufe, wie weiß ich, dass das richtig misst und so weiter. Also, das sind also so gewisse Probleme. Aber wie ist das denn Reklamationsvorgang laufen? Bei dieser Ultrophiete gar nicht, weil die steht, wird als Ultrophiete beworben. Die heißt auch so. Ja, und da steht auch die richtige Sache drauf. Das Einzige, was bei der war, ich muss dazu sagen, ich habe es tatsächlich, also der wurde tatsächlich mit der richtigen ausgeliefert. Ja, ich habe dann, ich wollte noch einen Ersatzakku, habe geschwind hineingeschaut, wo gibt es also diese Ultrafire günstig und dann stolpert man halt über die hier, schaut nicht genau und kauft tatsächlich dann halt eine Ultrophiete. Ich habe das tatsächlich erst gemerkt, wie ich das ausgepackt habe und näher angeschaut habe. Ich habe es dann deswegen gemerkt, weil ich, das war ein Zweierpack und bei der Zweiten war vorne die Kappe verschoben. Also die war irgendwie schief angebracht und hat trotzdem funktioniert, aber der Kontakt ist halt nicht besonders gut. Ich habe das dann reklamiert, habe ein Foto davon gemacht, habe denen gesagt, liebe Leute, was ihr da geschickt habt, sondern nur nachdem man wirklich gesehen hat, dass diese Kappe einfach schief drauf montiert war. Also da gab es nicht einmal eine Sichtkontrolle von diesem Ding. Das ist ja so ganz billig hergestellt. Da habe ich gesagt, liebe Leute, ich zahle euch nur die Hälfte und das hat er auch anstandslos akzeptiert. Jetzt kommen wir dann eben zur nächsten Frage, zum Thema Garantie. Also in dem Fall gibt es eben eine Echtheitsgarantie, die sehr viele abgeben. Die sagen, also ich verkaufe hier keine gefälschten Sachen. wenn diese Marke draufsteht, dann ist das aber wirklich von diesem Hersteller produziert. Wenn das nicht so ist, dann muss man eben nachweisen, dass das kein Original ist und dann bekommt man sein Geld wieder zurück. Und dann gibt es halt die Rückgabe und Refundierungsgarantie, die eben so ausschaut, wenn ich nachweisen kann, wir hatten vorhin diesen Ablauf schon mal kurz eingeblendet, wenn ich nachweisen kann, dass das Produkt eben nicht funktioniert, also nicht den Spezifikationen entspricht, dann habe ich bis zu 15 Tage nach Bezahlung, also bis zu 15 Tage nach, nachdem ich gesagt habe, ja, ich habe die Ware erhalten und sie ist okay, kann ich noch ein Regulierungsverfahren praktisch eröffnen und sagen, es funktioniert nicht, ich will mein Geld zurück. Das heißt, das ist eben der große Unterschied, wenn man hier in Österreich einkauft oder innerhalb der Europäischen Union einkauft, dann habe ich sechs Monate Garantie direkt und zwei Jahre für versteckte Fehler. Ich kann, wenn es mir nicht gefällt, ohne Angabe von Gründen, innerhalb von 14 Tagen das Ganze zurückschicken und bekomme mein Geld zurück, das habe ich hier im Wesentlichen auch, nur kostet es mich da halt die Rückschickungsgebühr, die ist wesentlich höher. Bei uns bin ich mit 5 Euro dabei für ein Paket dort halt erst ab 17 Euro. Das sind also die Unterschiede, die man sich da auch hinsichtlich der Garantie überlegen muss. Und ein ganz wesentlicher Punkt, der ganz gerne vergessen wird, das ist erst vor zwei Tagen durch die Medien gegangen, Produkthaftung. Was ist, wenn das Produkt so fehlerhaft ist, dass es mir etwas anderes beschädigt? Das ist also eins dieser Hoverboards, dieser wie soll man sagen, Skateboards, elektronischen Skateboards, wenn man so will, das beim Aufladen angefangen hat, zu brennen. Das kann übrigens bei jedem Lithium-Ionen-Akku passieren. Das hat jetzt nicht einmal mit schlechter Qualität zu tun, sondern dieses Risiko besteht. Ist natürlich bei Billigen deutlich höher, aber auch bei Markenprodukten wie Apple ist es schon vorgekommen, dass also die iPhones beim Aufladen abgebrannt sind. Und das hat tatsächlich ziemlich einen Zimmerbrand verursacht und das ganze Zimmer, das sind jetzt mehrere tausend Euro Schaden, die dadurch entstanden sind. Den Informationen nach war das eben auch so ein Direktimport, wo sie halt online irgendwo das sehr günstig in China gekauft haben, haben aber nur das Glück, dass es durch die normale Hausratsversicherung gedeckt ist. Normalerweise wäre es so, dass wenn ein Produkt tatsächlich einen Schaden verursacht und dieser Schaden dann haftet entweder der Hersteller oder der Importeur oder der Händler, der das Ganze in Verkauf gebracht hat für solche Schäden. Nur eben bei Direktimporten ist man selber der Importeur und bleibt einfach solche Sachen einfach sitzen. So, das bringt mich eigentlich schon zum Ende, wo ich es nochmal kurz zusammenfasse. Also das Kaufen im Ausland ist relativ unproblematisch. Es ist deutlich günstiger, also man zahlt wirklich weniger als die Hälfte, weil man sich eben auch unter Armstand die Mehrwertsteuer und auch die Einverumsatzsteuer erspart. Man hat Probleme unter Umständen mit den längeren Lieferzeiten. Man kann Probleme in die Funktionsprüfung haben. Ich habe rücksendende Kosten bei nicht gefallen, die relativ hoch sind. Ich habe praktisch keine Garantie. Also innerhalb von 15 Tagen, wenn mir das Gerät erst nach später, also diese Lampe, ich könnte jetzt mich wahrscheinlich versuchen mit dem Hersteller in Verbindung zu setzen und zu sagen, bitte, die funktioniert, die habe ich bei dir gekauft, die funktioniert jetzt nicht. Schick mir eine neue. Ob er darauf überhaupt reagiert, ist halt sehr, sehr fraglich. oder ob ich überhaupt mit ihm in Kontakt treten kann, weil er seinen Webshop da bei AliExpress vielleicht schon wieder gekündigt hat und unter anderem Namen wieder aufgemacht hat. Ist also sehr, sehr problematisch und keine Produkthaftung. Wenn tatsächlich gerade so ein elektronisches Gerät mal abbrennt oder sonst irgendwie anderen Schaden verursacht, habe ich keine Chance, dass irgendwo, wenn es nicht durch eine andere Versicherung gedeckt ist, einzubringen. Bitte? Ich habe einmal im Netz gesucht nach einer Möglichkeit für ein Notebook von Dell einen Akku zu bekommen. Da sind mir einige Webseiten aufgefallen, die sich als österreichische Webseiten dargestellt haben. In Wahrheit aber chinesische Unternehmern waren. Genau, ja. Ja, und das finde ich sehr seltsam. Ist ein Problem, das Problem ist, es kann sich jeder auch im Ausland eine österreichische Domain zulegen. Wenn ich den Webshop auf österreichisch mache, auf österreichisch auch. Es gibt auch Webshops, auf österreichisch sagen, servus alter, schön das Rob ist. Ich habe den Akku zu 6 Sekunden gekauft, dann kam er nicht an, dann habe ich gefragt, was los ist, und habe gesagt, wir schicken Ihnen den Zweiten. So gut sind die Verkaufspreise, dass der zwei Akkus locker los werden kann. Ist kein Problem. Zweiter kam auch noch nicht zufrieden. Glück gehabt. Unter Umständen Glück gehabt. Es zahlt sich da aus, wirklich ins Impressum zu schauen, weil es bei solchen Sachen meistens relativ schwierig ist, weil man unter Umständen sieht, wenn im Impressum keine, nicht tatsächlich eine Adresse in der Europäischen Union angegeben ist, tut man sich sehr schwer. Deswegen gibt es ja auch für Webshops ebenso Gütesiegel, die dann zwar wenig über den Inhalt des Webshops, über die Produkte aussagen, aber zum Beispiel auch garantieren, dass der Webshop-Betreiber tatsächlich rechtlich irgendwo im europäischen Umfeld zu finden ist. Das sind alles so Sachen, die man sonst nicht draufkommt. Stehen Strafen drauf, wenn kein Impressum ab der Zeit ist? Ja. Kann sich jemand durchschmuggeln? Ohne Impressum? Also in Deutschland stehen Strafen drauf, in Österreich glaube ich auch. In China eine chinesische Adresse angibt und das eine österreichische Webseite ist, ist die Impressumspflicht auch genüge getan. Schwieriger wird dies, wenn das, was im Impressum steht, nicht in der Realität zu finden ist. Das ist erstens sehr schwer nachzuprüfen und ist natürlich auch strafbar, aber wenn der nur in China sitzt, würde er sich sagen, schert mich nicht. Mein Fazit ist, es kommt drauf an, es kann Sinn machen für einige Sachen, kriegt man da wirkliche Schnäppchen, auch ausgefallene Sachen, die man sonst innerhalb der Europäischen Union auch nicht findet, aber wenn man im Inland kauft, hat das einfach den Sinn, der Importeur trägt einfach das Risiko dafür, dass das Produkt auch tatsächlich passt und dafür verlangt er dann eben einen entsprechenden Aufschlag von eben unter Umständen 100%, also er verkauft es doppelt zu teuer, einfach weil er solche Probleme hat, weil er diese Risikoversicherung praktisch trägt. Wobei man als größerer Importeur geht man dann ja auch nicht direkt geht mir auch nicht zu irgendwelchen Zwischenhändlern, sondern geht meistens direkt zum Hersteller und sagt schick mir halt mal ein paar tausend Stück davon und hat dann auch bessere Verhandlungsmöglichkeiten zu sagen ja aber die haben jetzt alle nicht gepasst bitte austauschen und so also das ist dann wieder auf einer anderen Ebene aber ein Fazit ist eben dass man da rechtlich sich relativ in einem nicht unbedingt luftleeren aber in einem sehr freien Raum bewegt wo es tatsächlich nur die Macht des Faktischen zählt und das ist in dem Fall eben dieser Marketplace der als Treuhänder fungiert für mein Geld und das Geld geht erst dann weiter wenn ich sage die Ware ist in Ordnung nochmal zurück zu dem Markenkauf ich habe ja gar nicht geholt bei irgendeinem chinesischen obskuren Händler sondern bin auf die österreichische Webseite quasi hereingefallen zum Glück ohne Schaden interessanterweise waren die Google Ergebnisse alle so hingepusht dass diese Firmen bei der ich dann letztlich bestellt habe ganz oben zu finden waren dann waren auch Amazon zu finden mit Akkus aber AliExpress war überhaupt nicht zu finden ich weiß auch nicht ich glaube auch nicht dass AliExpress irgendwie im Google großartig vorkommt also die betreiben also entweder versuchen sie da noch keine Webseiten Optimierung zu betreiben oder wobei es interessant ist bei Amazon findet man in Google das heißt das müsste einfach nicht so interessant ermerkt im Moment das ist ja auch für sie aber bei Google Google ist sehr stark darauf Rücksicht wo du bist und versuche dir ein kleines Leben anzupassen wo du bist und nachdem du nicht in Kinder bist kriegst du wahrscheinlich auch den Versandlänger das ist auch eine Hypothese das kann auch sein das ist der Standort das ist der Standort dein Standort Google weiß wo du bist das kann sein dass es mit dem Standort zusammenhängt ich habe ich habe Sachen von AliExpress schon in Google gefunden allerdings nur bei ganz obskuren Sachen wo es sonst keine anderen Treffer gegeben hat Amazon kippt auch ganz schön Geld in Google Werbung bei den Google Resultaten meistens die ersten zwei, drei bezahlte Werbungen die da dabei sind und das sind auch oft Google bezahlte Werbungen die man oben findet das heißt wenn AliExpress null Geld dort einkippt dann kommt man es halt auch nicht über die bezahlte Werbung bei Google und Facebook kann ich dir viel erzählen das wird auch gemacht wo du bist gerade die bezahlte will ja auch eine Klientel erreichen ist das halt im Bezahlsystem und so weiter also das kann natürlich mit dem Ort zusammenhängen wobei es mich dann wundern würde aber vielleicht ist das dann eben der nächste Schritt beim AliExpress dass sie klar deklarieren dass sie eben nachdem sie auch nach Europa ausliefern dass sie also dort auch irgendwo gefunden werden wollen noch noch das wäre natürlich Betrug wenn da irgendwo man vorgaukelt dass das eine österreichische Firma ist helfen wird es wird es wenig man kann also dann nur sagen ja also die das einzige was man machen könnte ist die Domänen beschlagnahmen das geht sehr wohl wenn man also das müssen wir zur Staatsanwaltschaft gehen und sagen bitte das ist Betrug dann wird die Staatsanwaltschaft sagen müssen Sie mir jetzt erklären wie das ist mit Online und Betrug und mit Webseite und was haben Sie da gemacht genau unter Umständen das ist ja kein Betrug wenn man dadurch in seinen Rechten geschädigt wird und man wird in seinen Rechten geschädigt wenn man also dann eben nicht die Möglichkeit hat seine Rechte als Konsument gegenüber der Firma tatsächlich in Anspruch zu nehmen dann ist es Betrug man ist in seinen Rechten also man hat unter Umständen keinen finanziellen Schaden aber der Betrug geht über das hinaus ich habe natürlich nachgeschaut ob es ein Interessum gibt sonst die Gewinnweise auf das Unternehmen klar ist alles nicht klar ist alles nicht okay das ist relativ auffällig ich möchte noch einmal kurz wenn ich mich schaue an beim Haderboar in dem Fall ist er laut kolportierten sagt auf seinen Schaden nicht sitzen weil ich mich versichere ja genau er hatte natürlich eine Brandversicherung und die hat das abgedeckt wenn er dann selber sitzen bleiben würde aus gegebenen Anlass und es kommt der andere zu schaden das ist das Problem also gäbe es da einen Personenschaden und es das kann dann unter Umständen sehr komplex werden oder man hat einen Personenschaden und hat das gekauft dann ist das auch deswegen ist aber auch jeder verpflichtet eine Haftpflichtversicherung zu haben bei uns das ist also aus solchen Gründen die ist halt in anderen Ländern nicht gibt gut ja bei der Haushaltsversicherung ist eine Haftpflichtversicherung dabei ja das ist ja keine Verpflichtung man kann eine Haftpflicht abschließen genau wenn man nicht will dann kann man zahlen genau das ist das Prinzip einer Versicherung wenn man beim Kfz ist es verpflichtend da muss man es haben weil das Risiko für einen Personenschaden sehr groß für das normale Haushalt kann man es und ist man gut beraten wenn man es trotzdem dazu nimmt weil so viel ist es nicht ich weiß nicht ob es nicht verpflichtend dabei ist aber um ein Haushaltsversicherung hat man nichts mit Haushalt zu tun es ist eine Zusatzversicherung die erst vor Ort genau Entschuldigung da hinten wenn es ein Missverständnis gibt ja die Haftpflichtversicherung würde nicht zahlen weil kein Verschulden vorliegt genau also auch wenn ich keine habe genau das und die Tochter die was beschädigt oder besser weil mir kein Verschulden würde auch also auch die Brandversicherung würde nicht zahlen wenn es ein Verschulden gäbe also wenn wenn die wenn die zum Beispiel das irgendwie falsch angesteckt haben oder was weiß ich wenn wir jetzt beim Akku bleiben das Aufladegerät falsch falsch gepolt angeschlossen hätten und man ihnen nachweisen kann dass das also nicht dass das grob zumindest grob fahrlässig passiert ist dann ist es schon wieder ein Streitfall weil dann wird die Versicherung sagen liebe Leute ihr habt den Brand tatsächlich verursacht durch euer Handeln ja aber das war innerhalb das war ganz normal mit dem normalen Ladegerät angesteckt und ist halt trotzdem in Flammen aufgegangen also das aber jetzt sind wir bitte ja ich wollte vielleicht eines noch dazu sagen wir müssen wichtig unterscheiden wo wir blockieren wenn es in einer Schadenersatz ist das Gewinnerecht wenn auch der Sonnenschaden ist und oder Impressor gefälscht ist dann ist es Strafrecht das ist ganz ganz wichtig weil mit Strafrecht ist die Staatsanwalt verpflichtet auf ihre Kosten zu agieren bei dem anderen wissen sie es ja schon das ist ja nicht das ist ganz wichtig ein Punkt noch zu nachforschen es gibt eine einfache Möglichkeit dass die Datenbanken wie die Right-Datenbank die Internet und man abschauen kann wer denn mit der Domain gehört und das kann man wer von der Zuline Presse wie heißt die was ist das? das ist aber Reiche Reiche und die AT das ist die Right-Datenbank die Right-Datenbank das ist die Europäische und das Außer-Europäische in die Internet und dadurch kann man nachforschen wer denn die Domain die Welt mit Adresse und dann sehen wir oft einen Chinesen aus einer Right-Datenbank sitzen so wie die AT-Domains wie die von Deutschen auch belegt werden also das sieht man dann in den Datenbank gut kann ich gerne zeigen damit das geht in meinen Teil also aus meiner Sicht wäre ich jetzt fertig aber das Thema ist natürlich noch interessant wir können jetzt dann jetzt in der Mittagspause noch über weiter reden so jetzt ist es für mich danke viel Frau danke nein nicht oh ich bin ich Vielen Dank.